Hallo, ich bin der Guido von Treckenklinik in Schwerin und ich möchte euch eines meiner Lieblingsprodukte vorstellen. Das ist der Erdkontakt von der Firma Deuter, ein klassischer Treckenrucksack. Sehr gut durchdüftete Polster, die ihr verwendet hier, damit man halt den Wärmeabtransport gut gestaltet. Neuere Version ist, dass die Einnähung oben abgepolstert ist, dass man diese nicht so spült vom Drücken her. Was bei den Kunden sehr gut ankommt, das Polstersystem unten im Hüftgurtbereich ist flach gestaltet, das drückt nicht im Lendenbereich, dadurch ist die Lastübertragung auf die Hüfte sehr angenehm und er lässt sich gut transportieren. Heutzutage, dass man von vorne reingreifen kann, Rucksackfach unten noch für den Schlafsack ist angedacht, da kann man noch kleine Teile reinpacken, Taschentücher, Klopapier, was man unterwegs so immer schnell braucht. Und was auch reinpasst, ist eine Rotweiflasche für das Abendessen nach der Tour, damit man sich schön erholen kann.